Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Chris aus dem Riptide, wo ich hier gerade sitze. Und ja, wir sind leider auch wegen des Lockdowns komplett geschlossen, versuchen uns, so gut es geht, unter Wasserzeiten kommen, viel Unterstützung von treuen Stammkunden und wir versuchen, den Mut nicht zu verlieren. Wir sind eigentlich voller Hoffnung, dass es bald weitergeht, freuen uns hier auf den Sommer an unserem neuen Standort hier im Magni-Viertel. Und einmal die Woche, jeden Samstag gibt es den mittlerweile schon legendären Lockdown-Burger, den man vorbestellen kann. Und dann öffnen wir in Häkchen für drei Stunden und dann kann man bestellte Burger, Schallplatten oder Gutscheine abholen. Und das ist für uns eine Riesenfreude und tut sehr gut, einen Tag in der Woche arbeiten zu können. Die Gäste freuen sich sehr und ansonsten sind wir aktiv, versuchen über Instagram, café.riptide oder über Facebook aktiv zu sein und ein bisschen zu berichten und uns selbst zu bewerben und gute Laune zu verbreiten, die wir trotz allem haben. Und ja, ihr könnt uns per E-Mail, per Telefon, Instagram oder Facebook erreichen und haltet die Ohren steig.